Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle lustig drauf. Ich hoffe, ihr wollt alle lachen, denn ganz einfach Leute, wenn ihr lacht, habt ihr verloren und dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Leute, ich würde sagen, wir schauen heute mal wieder bei Mima Man vorbei. Memes, die Michael Jackson nach vorne laufen gesehen haben. Ihr kennt ihn ja Leute, Michael Jackson läuft ja immer Moonwalk rückwärts lang. Aber ich dachte mir auf den Thumbnail Leute, diese Blase am Finger, die sind ein bisschen sass aus. Die sind ein bisschen sass aus. Aus dem Grund würde ich sagen, schauen wir uns das Video an Leute. Ich versuche natürlich nicht zu lachen. Ich habe drei Leben Leute und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Okay. So. Okay, nicht versuchen zu lachen Leute. Drei Leben hab ich. Oha. Okay, schöner Strandtag. Was macht der da? Guter, ich wollte nur sagen, das ist der zweite Katzenclip von drei. Wenn das so weitergeht, kriege ich wieder ein bisschen Aggressionsprobleme. Ich hoffe mal nicht, dass das passieren wird. Joa. Hoffentlich kriegen wir süße Katzen, die auch lustig sind. Wow, Alter, der hat ja einen absolut krassen Akzent. Ich bin gut. 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 Das ist ein Zauberer. wie ist das bitte eine fernbedingung was ist das was ist das alles ein schwein oh mein gott ist der süß hide and seek ja verstecken spiele man ok ich habe ein leben verloren leute ich habe ein leben verloren in russland erschrecken die bären erschrecken hunde die bären ich liebe dieses ich liebe diese skyrims wo ist das ach so auf der ich sofort gerade sagen im krankenwagen ist das immer mal kurz tiktok für mich wow alter das ist cool bruder was ist das für ein daumen der ist länger als seine hand der ist länger als seine hand alter alter was soll das was war das gerade so ich habe meinen boss in meinem freien tag besucht was soll ich jetzt was soll ich mich etwas was soll ich sein was soll ich mich dann schreien es ist 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 Das kann aber nicht real sein. Das kann nicht real sein. Das ist so, ey, aber das ist besser, als jeder Plan den Plankton im Abfalleimer, äh, gemacht hat, um die Kramberger-Geheimformel zu holen. Äh, also, weißt du, ich glaub, die wollt's einfach, oder der oder die, Daniel, äh, wollte es dem Boss richtig heimzahlen irgendwie. Achtet auf das Geräusch, ich mach's mal lauter. So. Jetzt. Okay, noch ein Leben, Leute. Was war das nochmal? Okay, Leute. Okay. Jetzt, ey, Konzentration. 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 Ich sag euch, du kannst ne Katze deaktivieren, wenn du Käse drauf tust. Die ist tot. Also, wirklich. mich. What the f- Oh mein Gott. Alter, Evolution Der wollte halt seinen Kopf nicht nass machen Okay, ich hab keine Ahnung What Ich sag's euch Mein Hund kann Witze machen Okay Da bin ich mal gespannt, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, der Hund, aber der Oha, oha Aber ich muss sagen, der hat richtig Humor Der Hund hat richtig Humor Der ist, der hat richtig Humor Aber ey, du musst ihn nicht bestrafen, Alter Der will doch nur mit dem mitmachen Okay, er schließt sich selbst ein Das war ja super Wow Schöner Ausblick Warte, wo ist der dran gestolpert? Oh nein, da ist ein Mülleimer, oder? Ah, das ist Glas Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Ähm Das ist wieder eins von diesen Memes Was ist mit unserem Roomba passiert? Oh mein Gott Ah Nein Ui Der Hund Na komm, wie wirst du denn los? Wie wird er denn los? Komm schon Der ist jetzt kaputt Alter, was Ähm Ja, okay Im Eiswasser Leute von Minecraft unterwegs sein hier Wow Ist das ein Zug? Das ist wofür Junge Oh mein Gott Das Das ist ja mal der Wahnsinn Das ist Das ist richtig cool, Leute Das finde ich richtig Geschwisterliebe Geschwisterliebe Richtig geil Ja So, machst du das nach? Wie kannst du denn Wasser ausspucken? Oh mein Gott Was passiert jetzt? Ja, okay Aber ich Ich meine Das hat er absichtlich gemacht Das hat Er hat das Schild gelesen 100 pro Komm Ich hab noch ein Leben, Leute Denkt dran Ich hab das so geliebt Dieses Spiel bei Ich glaub Super Toy Club Aber das Ist Absolut unfair Ja Er ist bestimmt am Cheaten Ne Ja Okay Den Song Hab ich schon irgendwie gehört So Der Affe Alter Applaus Junge Applaus Der Hund Gönnt sich erstmal seinen Starbucks Kaffee Was ist da drin? Ist das eine Schlange? Ist das Staub? Ah Ein Groschen Und zwei Schuhe Ist da ein Kind drin? Was ist denn da drin? Hallo? Oh Okay Ist einfach eine Katze Meine Güte Ich komm einfach aus dem Nichts Ein Huhn auf Windeln Oder auf Jeans Wie geht das? Okay Leute Ich glaub ich Ich guck mir noch ein Clip an Danach bin ich raus Danach bin ich raus Danach bin ich raus Ja Ich kann Kann man warten Darauf zu reiten Mhm Ach es ist doch nicht vorbei Nein Nein Okay Was passiert jetzt? Maus Alles gut Alles gut Ah Wow Okay Die ist aber bestimmt Mit zwei Kindern hochschwanger Äh Ich denke gerade dabei Äh Wie ich Die bald rauspushen muss Ja Das Baby Gerade in dem Moment Einfach in der Einfach in der Villa Einfach in der Villa Okay Leute Ich würde sagen An der Stelle Beende ich das Video Ich hab's ganz knapp Glaube ich geschafft Mit einem Leben noch Ein Leben noch Ich hoffe es hat euch gefallen Freunde Lasst gerne ein Like da Wenn es euch gefallen hat Vergesst nicht zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video ID ist raus Haut rein Freunde Und ciao